Es geht auch um das Komödiantische, du hast einen Mörderspruch vor wenigen Jahren herausgelassen, es war ein Interview. Du als Chefanalyst, dir war offensichtlich noch nicht klar, dass die Kamera läuft und dann sagtest du es, es wird so sein, noch sind ein paar Urmkinder dabei. Wir alle, wir alle, die ganze Fußbahn hat gesagt, wir wissen, wer waren die Hunden. Das waren wirklich Kinder, die immer mit Papierflieger auf uns geschossen haben. Und damals war es so, dass ich nicht verbunden war mit dem Regisseur, keine Hocken gehabt, sondern nur mein damaliger Moderator, Christian Dindorfer, der war zum ersten Mal in Einsatz und hat mir nicht gesagt, dass wir in 10 Sekunden dran sind. Im Sammertunten stand es wieder ein Fliegelbekommen und hat immer am Kopf getroffen. Die Sende hat begonnen und ich habe gesagt, da sind ein paar Urmkinder dabei. Die Wahrheit hält sich aber nicht.